ja hallo leute ich hab hier mal wieder eine map für euch und zwar 750 level nach oben wir kriegen jeweils bei level hoch also hier eine münze 418 rp habt die schon mal gespielt da war das aber noch nicht so hoch scheinbar abgegradet und das ist sogar noch ein bisschen höher gehen ich hoffe das wird echt geändert also das wird morgen gefixt das mit den ganzen level ab das ist übelst nervig nein doch man das weiter viel zu weit nicht schlecht wo soll man wissen wo man hin muss jetzt ernsthaft hier war schon mal richtig hier ihr werdet merken bei etwa so ich glaube wenn oben die prozent anzeige bei 10 ist es noch mal extra geben sie wird kann man auf jeden fall spielen ist es auf jeden fall das war es jetzt dann immer 418 wie jetzt wie 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 ja Oh, okay. Hm, geht eigentlich klar. Ach man, geht ernsthaft, warum, warum? Man sieht doch, dass man da durch kann. Wollte ich das jetzt hier alles einzeln machen, oder was? Ach, das ist nervig. Huh? Hä? Wo jetzt? Ach da. Ach, meine Güte, ey. Ist doch einfach so einfach, ist das doch. Ah, guck mal, jetzt, 700. Ich krieg 700 die ganze Zeit. Ach, schön. Huhu, 700 kriegt man da jetzt mit, sogar. Das ist schön, das ist sehr schön. Wovor ich es gleich wieder vergesse, Map einspeichern. Oh nein, das habe ich leider nicht geschafft. Ach man, wie denn? Ach man! Ich bin ein. Aber nicht so. Oh nein. Oh nein. Mensch, das ist alles. Det war mir ein. Ach man. Ach man. Ach man. Ach ja, ich bin ein. Ach man, ich bin ein. Ach man. Å na 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 na. auch mal nicht schon wieder mal soll dass er nicht jedes mal sowohl die dinge sind so lästig es gibt schon gute kann man auf jeden fall machen ich denke mal was kann man fast was man christ das ist alles deine schuld was haben wir hier fortnite release day 2017 rdw halt fürs live event rakete nicht rakete rakete war doch das erste oder nicht mehr sie sind drei tier 100 dass ich da schon raus 700 400 400 ich hasse da es ist nervig ich hier an der web wirklich stört sind diese sachen da diese wo man da durchfallen kann das ist übelst nervig das muss man echt nicht machen oder sowas das muss man auch nicht machen klar das geht wieder das geht wieder 10 prozent müsste ich eigentlich noch ein bisschen ip dafür bekommen wenn doch nicht dann noch nicht es reicht schon so dass 400 800 kommen oder keine ahnung 700 ich habe die map noch nie bis zum ende gestellt wenn immer so bis 350 oder so dann hatte ich auch schon eigentlich schon sein maximum raus war das aber so mit den prozenten immer wenn wir uns immer 10 20 30 erreicht hat dass man dann noch mal extra 10k bekommen hat vielleicht hat das jetzt geändert hier bin ich denn da ja level ab zum nächsten level ab ist doch noch ein bisschen aber könnte man eigentlich jetzt spielen das ist so ein ding kommt jetzt ich denke mir haben wir 30 minuten ich weiß es nämlich nicht mehr diese dinge wer sich das ausgedacht hat ist ziemlich nervig du fällst da jedes mal da durch jetzt kriegt wieder 700 es wechselt genau aber 700 sollte eigentlich klar gehen immer 700 oder 418 je nachdem sollte eigentlich ja also ich denke mal das reicht erstmal ihr seht es ist schön es ist eine schöne map wo man auf jeden fall mit leveln kann gegen lange weite ich weiß nicht was man mit dem end machen kann ob man wenn man 750 erreicht hat dass man oben vielleicht noch was epe kaufen können oder sowas ansonsten ich sag mal so sehr schöne mit kann man auf jeden fall spielen dann bis zum nächsten mal und hoffentlich wird der bug gefixt damit diesen level up das nervt langsam dass ich jedes mal level up bin dann bis zum nächsten mal dann bis zum nächsten mal